Hast du auch das Gefühl, dass sich selbst ein Jahr nach den ersten Klimastreiks nur einen erstaunlich kleinen Teil der Bevölkerung aktiv gegen die Klimakrise einsetzt? Ist es nicht höchste Zeit, das jetzt zu ändern? Wir finden ja. Darum sollten am 15. März schweizweit Klimaversammlungen stattfinden. Bei einer Klimaversammlung treffen sich Menschen aus dem gleichen Ort oder gemeinsamen Interessen- oder Berufsgruppen, um vielfältige Lösungen für eine lebenswerte Zukunft zu kreieren. Dabei können alle ihren Teil beitragen, egal wie alt sie sind, was für einen Hintergrund sie haben oder welche politische Richtigung sie unterstützen. Ich bin Annik und ich mache eine Klimaversammlung in Stefan, weil ich mir wünsche, dass sich mehr Menschen partizipativ an der Gestaltung von ihrem Umfeld und unserer Welt beteiligen. Ich bin Matthias und ich organisiere eine Klimaversammlung in Trogen. Da wollen wir auch in unserem Dorf eine Kultur vom Miteinander reden, von Empathie und einem Gefühl von einer Gemeinschaft, die für einen Sorg, wenn man sich um einen kümmern kann, aufleben lassen. Ich bin Emanuel und ich mache mit meinem Vater eine Klimaversammlung in seinem Restaurant, weil wir glauben, dass im Gastro-Bereich ein grosses Nachhaltigkeitspotenzial besteht. Um Menschen auf eine Klimaversammlung aufmerksam zu machen, kannst du verschiedene Vereine anschreiben oder Plakate in Schulen, Kirchen oder lokale Geschäfte aufhängen. Der effektivste Weg, um Menschen für die Versammlung zu begeistern, ist es jedoch, persönlich Kolleginnen, Freundinnen und Bekannte aus dem eigenen Umfeld einzuladen. Damit wir uns gemeinsam am Lösen von lokalen und globalen Problemen stellen können und dass wir bei diesen politischen Entscheidungen anliegen können und das Perspektive von allen Menschen und aller Bevölkerungsgruppen einbinden. Wir wollen unsere Vision zusammen mit motivierten Menschen umsetzen. Um mit dem schweizweit etwas zu bewirken, braucht es jetzt auch dich und deine Klimaversammlung. Mit dem hier unten verlinkten Step-by-Step-Guide kannst du ganz einfach loslegen und mit unseren Workshops im Februar unterstützen wir dich gerne weiter bei der Planung. Wird auch du jetzt Teil des Wandels? Wir zählen auf dich.